So meine Freunde, Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xarok und den lieben Okay, Bing! Xialin! Xialin! Ich bin irgendwo hier. Ja, genau. Und zwar, was machen wir heute? Wir gehen shoppen! Yeah! Genau, wir holen ein paar Weihnachtsgeschenke. Wir sind welche, die immer eher lieber wissen, früher Weihnachtsgeschenke holen als wie kurz davor. Naja, man hat halt so Wünsche und überlegt und sagt dann, ach, weißt du was, wir schenken uns das zu Weihnachten. Ja, und das machen wir. Also wir gehen heute in die Riemarkaden und holen uns da, also ich suche mir was aus, was schön ist, was ich mich schon sehr lange wünsche. Und sie kriegt auch was. Ja! Genau. Und worauf sie sich auch sehr freut. Seid gespannt! Aber seid gespannt, genau. Könnt ihr schon mal raten, was es sein wird. Ja, genau, ihr ratet mal, was könnte das sein? Ja, und wir sehen uns mal nicht. Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind die Ernste in den Riemarkaden. Im Einkaufszentrum. Ungemerkt. Das sind die ganze Zeit. Nein. Wir sind jetzt. Genau. Wir gehen jetzt rein. Wir haben beschlossen, wir gehen erst mal in New York. Das war auch groß. Irgendwie so. Ja. Also erst mal ein bisschen Klamotten gucken. Und danach geht's in den Satu. Das sind alle. Ja, du bist Mini, ich bin Big. Die macht sofort das Bild. Ja, kommt das hier dann raus. Ja, so ist es schon geil, gell? Das war nicht lustig, als die eine da bei der Sandras Geburtstag so ein Ding ausgepackt hat und plötzlich war das Bild da. So faszinierend, dass das heutzutage noch nicht... Da ist sie in einer schönen Sony AX53. Genau, die hier. Guck mal, die Packung ist sogar groß. Boah, das ist die letzte. Und die hat ja ein schwenkbarer Display, genau. Voll cool. Das ist schon krass. Und wie viel geht jetzt von dir drauf, wenn du das weghältst von dir? Ach so. Vielleicht nicht ganz ausgestreckt, weil das kannst du nicht dauerhaft halten. Ich kann's jetzt auch nicht wegen Kabel. Ach so, kann man das vielleicht auch einstellen? Okay, das ist schon was, ja. Das ist schon ordentlich. Besser als mit dem Handy, oder? Da pass ich mit drauf. Sogar so. Warte mal, da bin ich. Also da geht schon was. Und schwer? Also für mich geht es. Sag mal. Na ja, so ein Weilchen geht das schon. Hallo. Bisherige Eskalation. Bisherige. Ja, und im Auto ist auch noch was. Was? Ach ja, die Schuhe. Jetzt die Frage. Sollen wir da mal gucken, was für ein Akku extra kostet? Ja. Wie lange hält der? Ist einer drin? Ja. Hallo. So. Wir wollten ein Bildschirm. Und zwar ungefähr sowas. So hier, das da. Mit 27 Zoll. Was macht der Kerl? Sucht sich den hier aus. Wie viel Zoll hat das Ding? 49? Ja, kein Problem. Beeil dich. Der Laden macht gleich zu. Das ist schon cool. Ja, kein Problem. Und den kannst du halt in vier Splitscreens aufteilen. Sieht flach aus. Also nicht so hoch, aber als normale Größe. Okay. Gut. Gut. Was immer du willst. Dankeschön. Ja, schon recht. Für dich alles. Dankeschön. So. Ja. Shopping ist vorbei. Es ist 8 Uhr 3, 4, 5. Egal, auf jeden Fall nach 8. Wir wollten ja jetzt noch der Bildschirm mitnehmen, aber Kartenlimit ist überschritten. Also Geld wäre zwar noch genug drauf gewesen, aber leider haben wir heute zu viel ausgegeben. Und zum Schutz für eine Bankkarte gibt es ein Limit. Und deswegen müssen wir den Bildschirm am Freitag oder so holen. Ja, voll krass. Jetzt fahren wir erst mal nach Hause und dann auspacken. So, meine lieben Freunde. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jetzt ist es 21 Uhr und wir sind zu Hause. Unsere Beute. Wir haben drei Paar Schuhe. Dann habe ich mir hier heute ein neues Headset geholt. Ein kabelloses von Corsair. Dann eine 128 GB Micro SD-Karte bzw. SD-Karte. vier mein neues Spielzeug und zwar eine Sony FD-RAX53. Dazu gibt es dann später nochmal ein separates Video. Dazu könnten wir eigentlich auch nochmal ein Video machen. Dann haben wir einige sein Klamotten geholt, so ein bisschen Winterkleidung und so. Und eigentlich sollte hier jetzt noch ein riesen Bildschirm stehen, der gar nicht aufs Bild passen würde. Aber, ja, wie schon vorhin gesagt, als wir zum Auto gegangen sind, ist das Limit, also es gibt ja so ein Tageslimit, was man von seinem Konto ausgeben kann. Und das ist bei unserer Bank etwas niedrig scheinbar. Also niedrig in Anführungszeichen. Es ist ja ziemlich viel und der Bildschirm, der wäre, ja, genau, der wäre etwas sehr teuer gewesen. Und deswegen ging der jetzt nicht mehr. Wir werden den wahrscheinlich am Freitag oder so holen. Und dann fehlt noch was Kleines. Und zwar eine Switch, die wir uns gegönnt haben, beziehungsweise vor allem für Xilin, denn die mag ja Pokémon so sehr. Und da kommt ja demnächst am 16.11. das neue Pokémon-Spiel raus. Und, ja, genau. So, das ist unsere Beute. Pokémon! Pokémon! Und, wie war der Tag? Schön. Ja, das hat echt Spaß gemacht, gell? Ja, schade, dass der Bildschirm nicht dabei ist, aber ich glaube, das reicht erst mal für zwei Tage. Genau, so, ja, ich mach mich jetzt ans Auspacken. Das ist wie Weihnachten. Leo findet's auch toll. Biff! So, wo geht's hin? Was zu tun? Neuer Versuch. Neuer Versuch, genau. Für den super, mega krassen 49, toll, 32 zu 9. Bildschirm vom PC. Genau. Mutz-Teil. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nochmal gestern, gestern habe ich nochmal geguckt, bisschen gelesen und geschaut, was es so über den Bildschirm zu berichten gibt, ob der wirklich so gut ist und ja, ist echt gut. Und ich freue mich schon drauf. Also lohnt sich, ja. Lohnt sich. Na, dann schauen wir mal, ob du ihn jetzt kriegst. Hast du ihn auf der Rolltreppe gesehen? Der hat von der Rolltreppe runter geguckt und sich voll den Kopf verdreht, um zu lesen, was du da in der Hand hast. Und dann, aha, mhm, okay. In der Theorie müsste es funktionieren. In der Theorie müsste es super gut sein. Wir werden gute Zeichen haben. Schmeißt doch hinten rein. Und? Passt gerade rein, gell? Passt gerade rein. Sieht gut aus. Sehr gut, spiegelt ein bisschen. Heim. Nee, erst einkaufen. Geh mir erst einkaufen. Du schaffst das. Komm schon, komm schon. Ich glaube, ich habe gelesen, dass der Fuß wiegt 15 Kilo. Achtung. Oh mein Gott. Kein Problem. Da muss man ja richtig arbeiten dafür. Windows 10 kompatibel. Gutes Essen. Na dann, darfst du jetzt hier was essen. Hier. Gutes, gesundes Essen. Gutes, gesundes Essen. Und dann kannst du aufbauen. Aufbauen. Also jetzt wirkt das natürlich nochmal ganz anders, wenn das hier so steht. Also er ist noch nicht ausgepackt, aber das Atom ist kaum größer als der Bildschirm. Also das hier ist fast die Bildschirmlänge. Ja, das schauen wir uns nachher an, was aussieht. Mir ist da noch irgendwie dahin. Ja. Das probieren wir nachher aus. Ich muss unten noch zu machen. Natürlich. Natürlich. Ich wusste nicht, ob ich links oder rechts fahren muss. Hallo? Hallo. Ich wusste nicht.